Herzlich willkommen auf Casinoverdiener.com. In diesem Video erfährst du, wie du Cash Roots bei Sunmaker mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casinoverdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casinoverdiener findest du unter dem Video. Klicke unten auf der Seite den gelben Knopf mit der Aufschrift Sunmaker. Du verlässt dann Casinoverdiener und bist auf der Seite des Sunmaker Casino. Wähle deine Sprache aus und klicke auf Weiter. Klicke auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren, um dir ein neues Spielerkonto zu erstellen. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Weil du Geld einzahlen möchtest, benötigt Sunmaker außerdem deine Anschrift. Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und ein Passwort aus. Wähle eine Sicherheitsfrage und gib den Bestätigungscode ein. Jetzt musst du noch bestätigen, dass du über 18 bist und kannst dann auf Absenden klicken. Prüfe noch einmal deine Daten und klicke dann auf Registrierung bestätigen. Sunmaker hat dir jetzt eine Mail mit einem Aktivierungslink geschickt. Öffne das E-Mail-Postfach, das du bei der Anmeldung angegeben hast und klicke auf ihn, um deinen Account zu bestätigen. So sieht Sunmaker aus, wenn du den Link geklickt hast. Mit einem Klick auf zur Startseite kommst du zur Hauptseite zurück. Jetzt musst du Geld einzahlen. Dazu kannst du dich zuerst oben rechts einloggen. Bestätige den Hinweis und klicke auf Jetzt einzahlen unten auf der Seite. Trage den gewünschten Betrag ein. Klickst du auf Jetzt Bonus auf diese Einzahlung aktivieren, bekommst du einen Bonus von 100% bis zu 300 Euro. Zahlst du also 10 Euro ein, kannst du mit dem Bonus mit 20 Euro spielen. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du ihn 25 mal innerhalb von 60 Tagen umsetzen. Das Geld überweisen kannst du zum Beispiel mit Skrill von Moneybookers. Klicke auf das Logo von Skrill und dann auf Einzahlen. Wähle eine Zahlungsmethode, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der rechten Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du nur noch die Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit dem Bonus hast du jetzt bei eine Einzahlung von 10 Euro ein Gutabend von 20 Euro. Du kannst dich jetzt zurück in den Casino-Bereich klicken. Cash Roots findest du unter Spieleautomaten. Suche das Spiel in der Liste und klicke dann auf Play. Unten rechts kannst du deinen Einsatz anpassen. Klicke auf Start, damit sich die Walzen drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Cash Roots bei Sunmaker. Bis zum nächsten Mal.